Yo, was geht ab, meine Damen und Herren? Willkommen zu einer neuen Folge von... Oh yeah, wir dürfen aber nicht so laut sein, weil wir sind undercover hier, ja. Die Leute checken es eh nicht. Wer ist das, Leute? Wer ist das? Wir wurden, wie oft, schon angesprochen? Einmal erkannt. Einmal, okay, aber das zählt nicht, einmal angesprochen. Ja, wurde ich. Echt? Einmal, da wart ihr nicht dabei. Okay, ich noch nicht und wir sind schon einige Stunden hier, das ist voll witzig. Manche Leute gucken einen so an und denken so darüber nach, okay, sind die da, sind die das jetzt nicht? Aber in dem Moment, wo wir es gecheckt haben, sind wir auch schon wieder weg. Das Witzigste ist einfach, an der Karre unten. Bist du nicht, Toni? Oh, hallo, hi. Wir machen gerade ein Bücherclub-Video. So witzig. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir so laut geredet haben, sonst reden wir die ganze Zeit leise. Aber voll witzig, voll witzig. Geht es euch gut? Ja. Nice, nice. Komm, wir haben auch einen schönen Sonnenuntergang, richtig cool. Ja, schreibt in die Kommentare unten mal rein, ob ihr auch auf dem Jahr von Tag wart. Das würde mich mal mega interessieren. Jo, Leute, es ist auffällig, wenn ich hier so rumfilme. Ich bin ein YouTuber. Ich bin ein YouTuber. Leute, wirkt ihr euch mal wieder so mega im Cringe-Mode, ja? Schreit hier rum. Aber keiner weiß, wer ich bin, deswegen kann ich machen, was ich will. So fällt er wahrscheinlich gar nicht aus. Leute, was haltet ihr von der Maske? Ist sweet, oder? Ist meine, aber okay. Nee, nee, ist meine jetzt. Ja. Ich habe ihn auf ein Essen eingeladen, Leute. Deswegen hat er mir die Maske gegeben. Geschenk bedeutet, aus Liebe heraus. Oh, mega süß. Hä, ist Bekoni wie ein Spaß? Also ich will nichts sagen, aber das ist übrigens ein wahres Gesicht. Das ist gar keine Maske. Spaß! Gebt euch mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Guck mal, ist dieser Sonnenuntergang nicht schön? Was hältst du von dem Sonnenuntergang? Äh, ja. Was hältst du von dem Sonnenuntergang? Was hältst du von dem Sonnenuntergang? Meine lieben Freunde, mittlerweile ist es ein bisschen dunkel geworden. Wir tragen keine Masken mehr, einfach nur, weil wir keinen Bock drauf haben. Wie geht's denn hier? Mir geht's gut. Achso, ist Video. Willst du auch mit drauf, Toni? Ich dachte, macht Livestream. Leute, was geht? Ich wollte gerade einfach nur auf die Toilette gehen, aber es hat nicht funktioniert. Ich wurde, glaube ich, mindestens 100 Mal angehalten. Und das ist nicht mal übertrieben. Ja, deswegen auf solchen Veranstaltungen als Person des öffentlichen Lebens immer ein bisschen kritisch. Aber wie gesagt, gleich kommt das Feuerwerk. Oh, damn, was eine geile Laterne. Ja, war ganz okay. Juckt mich eigentlich gar nicht. Es war wunderschön. So, wir enden mal so langsam hier den Vlog, der Nier ist auch schon müde. Es ist gar nicht wahr. Doch, ist er, ist er, ist er, ist er. Guck in dir, er hat so viele Augenringe, er hat so Augenringe. Das ist natural. Er hat so Augenringe. Ja, ich hoffe, ihr fandet das Feuerwerk schön. Also, ich fand das mega neusten hier. Wie fandest du? Bis zum nächsten Mal, Freunde.